So, willkommen zurück zu Outlast Wüsteblower. Im letzten Part hat uns ja dieser Typ da erwischt und jetzt versuchen wir halt zu entfliehen. Komm, schieb, schieb, schieb der Teil weg. Okay, erstmal verstecken. Puh. Der Typ liegt mir richtig auf den Sack, ey. Komm, verschwinde, lauf mal schneller. Boah, genau da, wo ich lang will, ey. Genau da, wo ich lang will. So eine Scheiße. Oh, komm, renn. Komm, 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 bitte, bitte, bitte. Komm, das ist nicht mehr weit. Oh, komm. Oh, jawoll. Alter, das war knapp. Alter, der Typ hat nicht mehr alle Latten am Dings, ey. Oh, da liegt erstmal nichts. Alter. Da. Der hat scheiß Probleme, ey. Der hängt mich einfach so auf die blöde Drecksau, ey. Ja, jawoll, alter. Oh, da. Ja, 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 ja. Ja, sehr schön. kleiner Sack, ey Hau rein, Alter Lass ihn hängen, der Witwer, er ist tot, der Amateurschirurg, künftiger Vater, Ehemann, seine Eingeweide sind zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen, oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich glaube mir, ich gebe mir Mühe. Glaube mir, ich gebe mir Mühe. Dann werden wir da mal ganz spritzig hochspringen. Den können wir da liegen lassen. Jawoll. Junge, 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 ey. Hier ist was los. Können wir endlich hier durch, ey, Ausgang. Puh, was für ein Game. Er notiert wieder. Eine brennende Kirche. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Gute Frage, weiter. Willst du seinen Puls messen? Gute Frage, ich würde sagen, er ist tot. Ja, was für ein kranker Mann würde das tun? Er hat sogar seinen verdammten Pantlen. Ich sage dir was, ich habe heute mehr und genug dicker Balls gesehen, um mir ein Leben lang zu dauern. Und nicht alle von ihnen sind tot. Eindrucksweise, was ich heute schon für Schwänze und Eier gesehen habe, ist doch nicht mehr fein, Alter. Diener und Beschützer. Private Polizisten, Söldner, private Armee, wie auch immer die, die sich jetzt nennen. Die sind genauso hilflos wie wir, ich muss hier raus entkommen. Ja, das tat ich vor. Boah. Ja, fleißig am Rumpallern. Hey Leute, hey. Oh, hier haben wir noch ein Dokument. Ein Dokument. Hoffnungslos. Von Helene Quenet. Betreff Rudolf Bernics Ausstieg. Sehr geehrte Herren. Der Grundstein wurde gelegt, um einen eragungslosen Austritt von Rudolf Bernics. Benicke aus dem tragenden und finanziellen System von Mount Massiv zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegen würden, welche ihn netterweise mit den Spissnamen der Grundwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten 14306-8, 14279-1 und 14868-1 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Bernics Unterlagen durchforstet und fanden keine Hinweise auf die drei Luzienträumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Bernicke durch den teilweise Erfolg mit seinem Patienten Billy Hoop und seiner eigenen Geprächtigkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächlichen Entdeckungen zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbildung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respekt vor Helene Quenelt, Mokoff-Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. So, dann bewegen wir uns hier mal weiter. Kap ist bei genug von diesem verdammten Irrnhaus hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der Ausgang ist, da ist zu. Du, wie kämen wir noch nackig rum? Ne, kap verdammt. Ich wollte schon sagen. Wir kommen das Ziel näher. Das ist sehr schön. Das zu. Das auch zu. Hier haben wir unten noch ein Dokument, den wir uns reinziehen können. Drei blinde Träumer. Transfer. Autorisation für Patienten 14306-8, 14279-1, 14868-1 von Mokoff, Psychiatrie, Systems Mount Massiv nach Mokoff, A Zeichnereinrichtung. Warnung, Level-Triple-Schwart, Sicherheitsprotokoll, inklusive chemischer Fixierung, psychischer Fixierung und separater, alloptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Meter sind zu den Patienten ist nachträglich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzination angesehen und ignoriert werden. Gesichtseinstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Warnungsschärfe angesehen werden. Sie sind psychisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung, Sicherheitsfreigabe für Projekt-Bohrleiter ist nicht gültig für Informationen. Für die Patienten 14306-8, 14279-1 und 14868-1 eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Warnung, Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Der labert. Ich mach da keinen Deal mit dir, Alter. Jemery Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte Häuten mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinez bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenden Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Alter, helfen Sie mir bitte. Boah, Alter, war doch klar, Alter. Ja. Niemand kann wissen. Niemand kann wissen. Niemand kann wissen. Oh Gott, ich bin weg von ihm. Wie kann ich ihn raus? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Auf dich. Dass ich dir geholfen habe. Ah, sehr schön. Oh, Alter, wir sind ja richtig voll mit dem Zeug, ey. Boah, da führt der Schädel und endlich in der Freiheit. Sehr schön. Hm. Gott sei Dank, ey. Nur noch weg hier, ey. Das ist ein gottverlassener Ort hier. Oh, steigen wir mal ein hier und weg hier. Komm, kippt was. Komm, kippt was. Sehr schön, sehr schön. Ihr Kind, es gibt nichts für Murkoff, aber es ist zu schütten. Ich brauche Sie zu verstehen, dass die Brücke Sie hier sind. Sie werden irreverschämtliche Schmerzen zu der Firma. Sie können sogar etwas wie Justice sein. Aber wenn Sie auf dem Upload klicken, dann ist es vorbei. Jeder Sie liebt ist schütten. Aber es ist die richtige Sache zu tun. Ist es schütten Murkoff wert, das viel zu Ihnen? dann würd ich einfach mal sagen, laden wir die Scheiße einfach mal hoch Wunderbar Dann bedanke ich mich schonmal fürs Zuschauen und sehen uns auf jeden Fall in das Hauptspiel wieder von Outlast Dann würd ich sagen, reingehauen und bis später Oh ja, Reiser ist gut, bis dann!